Wir haben jetzt einen Umbruch in verschiedenen Bereichen. Für mich ist immer sehr, sehr wichtig, dass der sportliche Direktor gut kann mit dem Trainer. Das ist elementar wichtig. Der Trainer muss absolutes Vertrauen haben von allen Beteiligten im Klub. Wenn man das Vertrauen nicht hat, dann muss man sich von ihm trennen. Das ist das Entscheidende. Wenn du eine Mannschaft hast, die zusammenhält, dann muss es gar nicht so sein, dass es nun alles die Superstars sind, die sich zusammenfinden. Egal, ob ich nun 70 oder 80 werde, solange ich lebe, werde ich diesen Klub weiter lieben und zu ihm stehen und immer bereit sein, ihm auch zu dienen.